Heile dich. Ist ja herzzerreißend, Leute. Acht Sekunden. Er ist rübergerannt. Ein Publikumsverkehr hier. Er hat keine Waffe. Es tut mir irgendwie leid, muss ich sagen. Komm her. Heile dich. Ist ja herzzerreißend, Leute. Man, jetzt tut mir so leid. Komm mach hin, Meiner. Wir müssen dich hier rausbringen. Kommt doch schon einer. Angeschissen. Mann, scheiße. Oh. Er ist mir noch in den Schuss gerannt. Mann, fuck. Er ist mir in den Schuss gerannt. Oh Mann. Oh Mann. Und wenigstens habe ich ihn umgebracht und nicht der Typ. Gott. Ich hasse es, hier rauszukommen. Das ist draußen, oder? Da ist er! Ach da! Scheiße! Doch noch gekriegt. Das automatische Feuer ist nicht gut für mich. Hä? Wie kam er da rüber? Ist er da rübergerannt? Habe ich irgendwie was verpasst? Äh. So, mal hin. Recht ungünstig geworfen. Oh, er schmeißt die Eier rein. Lauf! Putterschatz! Ich blute. Noch hin. Kommt doch einer. Ich blute schon wieder. Ich blute schon wieder. Was liegt da Rotes? Idiot! Alter! Reiss dich zusammen! Ich muss niesen. Oh. Nein, jetzt nicht. Schieß! Was? Ein wildes Gefuchtel. Aber ich habe ihn umgeschossen. Er ist tot. Da ist schon einer drin. Mist! Da ist schon einer drin. Mist! Was? Er war da oben. Scheiße. Da kann man hier runter gucken. Fuck. Ich habe vergessen. Er kommt. Okay, Junge. Mein Sieg. Ordentlich einer reingedrückt. Puh. 21. Splint weg. Stürmt vor, Jungs. Da mische ich mit. Scheiße. Wo habe ich hingeschossen? Er hat mich verletzt. Panade raus hier. So. Rechts war auch noch einer. Okay, der ist tot. Scheiße. Ich muss die Blutung stoppen. Fuck. Ein Lärm, Alter. Das wird uns eine Herde Elefanten durchtreiben. Sieht gar nicht gut aus. Scheiße. Er kommt. Er kommt. Verdammt. Ich kann mich nicht heilen. Nein. Ich hätte mich heulen sollen. Das ist weggerannt. Mal vorsichtig. Jetzt falle ich nicht noch mal drauf rein. Mal schön da hoch gucken. So. Brett zu mir. So. Damit man keiner an den Rücken schießen kann. Brett zu mir. Okay. Schönes Ding. Wechseln. Nachladen. Das ist raus. Tock-Tack rein hier. Und die Weste ist kaputt. Dann hätte ich meine wegschmeißen können. Zack. Schnell. Alter. So viel hätte ich gar nicht schießen müssen. Da fiel ja schon gefühlt beim ersten Treffer um. Schade um die Munition. Ist sonst ja einer drin. Hallo. Okay. So. Mal nachladen hier. Platz für die Markers. Jetzt. Magazin laden. Und dann. Oder. der. Sportfreund gelootet. Schrotflinder hat er drin. Okay. Scheiße. Da kommt einer. Hä? Habe ich ihn nicht einmal getroffen? Oh, da ist noch einer. Lass mich verarschen. Alter, was ist hier los? Scheiße, meine Beute, Alter. Ich kotze. Fuck. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hay Keester. Ach so. ?